Ich klicke, ich kann nicht mehr beweisen, ich hab Handcam gemacht, ich wurde gescreenshared, alles. Und nur weil man, nur weil man, guck mal. Digger nur weil ich ne Daumentaste ab und, ey guck, ey warte, chill, ich zeig dir mal im Stream, ich zeig dir mal im Stream. Guck mal meine Hotkeys, Digger. Nice. Wo ist's? Hier, ist ne Links-Klick-Taste, wow. Links-Klick-Taste, das ist das, das ist das, damit baut man Blöcke ab, Jungs. Damit baut man Fackeln Blöcke ab. Das ist einfach nur, dass man, wir haben da ne, wir haben da ne einzelne Seitentaste, womit man einfach schneller Blöcke abbauen kann, dass man einfach schneller agieren kann, wenn man Butterflyt und schneller Blöcke abbauen kann. Digger, das hat nichts mit Autoklicker zu tun, wenn man diese Taste drückt, die drücken wir, wenn wir Blöcke...